wo warten gleich ich wollte jetzt zu man kann auf der man kann wenn man irgendwie zwei drinnen stock ist und den turm kann man rausgehen das ist dann treppen hoch wenn du so wenn die wendel treiben okay ich weiß nämlich ganz unten im turm der diese musik ist so ich kann nichts nehmen aber ich bin einfach kurz bevor die runde angefangen hat das natürlich an laki guck mal da brennt da nicht mehr so viele übrig sind und eine fucking stange hat die muss erst mal aufladen stimmt ja ich bin zum ersten mal trade auf dem app zum ersten mal trader ich spreche vom turm auch hätte ich ja an mit der youtube auch man warum habt ihr euch da erschossen du hast mich verdächtig wenn sie geworfen habe nein das war eine brandgranate wie kann jan so schnell auf diesem turm sein es geht auch ab in ich finde es immer angenehm wenn man in minecraft maps die blöcke hochlaufen kann chill bei steve springen robins leiche bei steve ist verschwunden du scheiß keck alter mich nein robin kann ich mich jetzt schon auf dem account anmelden ich bin hinter ich bin gerade an dir vorbeigelaufen was ich bin direkt an dir vorbeigelaufen ich wollte jan ach so sorry ich dachte ich habe mich töten ob ich will ich das neue gratis game kaufen oder willst du es nicht soll ich für dich das neue gratis game kaufen ich werde gerade jemand schön ich bin vergiftet leute wenn jemand will der detektiv wieder beliebt zeugs ins holen es gibt kein detektiv felix ist nicht da ich kann nicht was soll ja dann dann machen wir noch die runde ja wo du es tut mir leid klar war er hat den traiter erschossen jan ist es dann hey warum ich weil ich einfach mal robin vertrau und ehrlich ja okay ich vertraue ich bin doch nicht robin rieber so we're back in the mine gonna pick a extreme von mac to ten mac to ten ich liebe es robin weißt mit welchem teil badman anfängt weil ich will die chronologisch spielen ja chronologisch fängt es an mit dem mit dem namen der halt chronologisch auch als erstes kommt mit dem mit dem buchstaben der leute ich stecke fest ach so batman art asylum 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 weil a a a a a come asylum ist das erste very nice country bist du seid ihr euch sicher ja 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 okay ich habe später auch nicht geglaubt habe ich google find kann man nicht auch warte ich muss kurz gar nicht mal neu starten sorry was passiert eigentlich wenn man finden und dann bald in den wenn ein buch diesen wochweiter nicht er flüstert das haben wir schon geklärt der handgreifliche installieren ich habe alle batman sind sehr gut es gibt vier oder fünf teile nicht nur drei auch stimmt es gibt noch origins origins origin runterladen das ist jetzt gestorben ich bin der erste auf dem server nein also nach peter in der range ist er das ist ganz praktisch wir sind hier in der lagerhalle im amazon warehouse service und wir können jetzt die ganz wahre beschädigen also wie im real life ich war da mal mit dem aufzug dann tue ich dich raus aus meinem aufzug wir suchen meine grafikkarte kann gar nicht hoch dass wir machen package opening ja rauchen im lagerhorst das beschädigt die ware das gut ich habe felix aus ehre wie lange ich die chance dazu hatte ja gut ich wusste dass also ich dachte wenn ihr beide wir beide traiter war jetzt so gesagt ja wenn einer von euch teuer ist dann umbringt dann haben wir ich habe gesagt mit einer trader wird dann trotzdem frieden ich vertraue in einen umgebracht hat denke ich die smith in westen und schott aber besser weil sie zwei schluss hat ein radarsen radar jetzt ja das oder oben findest keine ich finde es kein problem oder zwei leute der aufzug hier ist da der fuß hoch ist aufzug aber bin ich auch und auch gedacht es ist eine trader falle wissen wieso hat man sich wieder gefragt gesagt aber das ist ein schönes schön klein ist doch jetzt oh mein gott die map ist echt groß ich war bisher nur im lagerhaus hallo hugo's vater ich bin nicht wenn ich mich nicht zu lernen habe worauf soll ich dann was das leben herr felix im container drin ja was passiert ich komme an den rand ich hole ich raus oder bist du in oder trete okay gut dann bleibt da drin haben wir quasi schon gewonnen nice aim von mir do somebody is already shooting hat wir not in school top dead action imitiert die man kann nicht hochklettern war ich habe mich hat verbessert ich sehe die launcher das jetzt meine ich habe leser gedrückt ist nicht geschossen alles klar ehrenmann peter peter kuckuck ich hole mir wo ich wollte alles gut die launcher holen ist jetzt werde ich bin traiter ja da hinten hin warum hoch ok ist doch wenig da war ja ihr seid doch behindert leute ich muss los erwartet findet noch ja dann ist wieder gar nichts ich bin ich komme nicht raus ich finde es halt wirklich der schlecht denn ist so ein spaß fete beliebten will belebe ich auf ehre und dann kommt also was wie und kürzer einfach ich sehe so nicht so ja ich sag sie gern da musst du ihn stecken und ich erst gleich was wo es auch was von mir kann es gibt um ich will sich nicht mehr auch in der afrika schulden ließ ab für die k dieses amerika dieses leider die und er hat kein gestöhnt ja ich hab's auch gehört o Das klingt, als würde jemand richtig fett einab sein. Äh, Robin? Was? Du hast einen Traitor gekillt, alles gut. Hä? Nein! Oh, oh, Leiter. Was passiert? Felix, Robin hat ihn gekillt. Er war hinter mir in Stöhnen gehört und das war anscheinend huhu, der Traitor war. Hä, was hat er gemacht? Keine Ahnung. Dann kill ich Filmin, wenn ich ihn sehe. Okay, wenn ihr bei den Innos seid, dann kill ich Finn. Ja, perfekt. Weil, oder Robin hat Hugo gekillt. Ja. Du warst dabei und Robin, du vertraust Felix. Ja, auch gar nicht. Ich kann irgendwie, also, ich hab nicht so aus, als würde er mich umbringen wollen. Ja, dann kill ich Finn. Aber Finn kann man eigentlich sowieso immer kill was machen. Das stimmt. Gut, klingt nur fair. Moin. Hä? Wer war das gerade bei mir? Robin, okay. Ich, 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 ich. Oh, ich hab ja noch nen Schieß gehört. Ne, das war Defi, oder? Irgendjemand heilt sie. Ne, hä? Okay, ja, ich hab bei Hugo in den Lautsprechern n'er Dings gehört. Ja, der beliebt, Finn beliebt. Oder Felix. Also, ne. Ja, Robin, du bist es auf keinen Fall, das weiß ich. Auf jeden Fall unten, Hugo war unten. Ich bin's auch nicht, weil ich bin bei dir und der andere Trader muss ihn wiederbeleben. Ich steh' nicht runter, weil da ist dann wahrscheinlich mein, in dem Mining Marian. Ja, das glaub ich auch. Ich seh, ich seh noch ne Leiche. Robin, da unten ist noch ne Leiche. Okay, einfach, wenn ich on-site gehen kann. Also, wir sind die beiden on-site. Ja. Warte, deck ab, du deckst das Dach ab, ich deck den Aufzug, okay? Ja, aber ich hab... Ah, ne, scheiße, man kann über zwei Dinger hier hoch. Scheiße. Ja. Warte, ich geh zum Aufzug. Der fährt wieder runter. Ah, ne. Fallschaden, ne? Was sind das für komische Geräusche? Kann der Trader mal mit mir reden, sonst fühl ich mich so allein. Ich weiß doch eh, dass ich allein mit dem Trader bin. Was hör ich denn da die ganze Zeit? Robin... Robin... Robin, du warst Traitor? Nein. So, gut. Yo, chill. Fuck you. Ach. Alter, komm doch einfach rein, du Keck. Ja, chill. Er hat gesagt, du warst Keckschleidig. Juge, der muss sich an meiner Tür stampfen. Jetzt chill, also... Ja, genau. Achso, C4. Achso. Achso. So, oh... Was? Was hat das für eine Range? Was hat das C4 denn für eine Range? Ja, ist C4 liegen. Aber Junge, was... Ich stand am Ende vom... Ich stand am Ende vom Dach... Felix, ich stand... Was hab ich für ein Pech? Am Ende vom Dach und es hat mir immer noch 74 Schaden gemacht. Das ist jetzt Riesenrange, aber die dauert auch lange. Ja, ja, schon, aber... Boah. Was hab ich für ein Pech? Ich wurde zuerst... Instant, als die Runde angefangen hat, vom Aufzug zerquetscht. Als ich im Aufzug war, dann wurde ich wiederbelebt. Ich gehe so raus, gehe hoch auf dieses Scheißdach, dann back die Leitung, ich falle runde durch mich hoch. Ja gut, also wenn... Das ist gut.